Einen wunderschönen wünsche ich euch ein herzlich Willkommen zurück zu InsoundMind. So, dieser Arsch hat uns schon wieder... Schickt uns hier schon wieder in ein Labyrinth? Ich könnte ihn erlatschen. Aber richtig. ... ... ... ... ... Ich nehme die Worte. Ich nehme die Worte. Es passt perfekt. Nein. Deine Angst. Diese Dreckschlüpper. Ich habe gleich keine Pilzchen mehr. Das ist bestimmt auch nein. Ich probiere einen anderen Weg. Ich brauche ein paar Pilzchen. Ich brauche ein paar Pilzchen. Was ist drin? Rupille! Da ist was drin. Der Schlüffel! Es ist gerade saudunkel, es tut mir auch leid. Wollen wir mal nachladen? Halte Abzweigung. Ach Mensch. Sackgasse. Jetzt ist es ja auch Sackgasse. Und noch ein Schlüssel. Hier war ich schon. Hier war ich schon. Oh! Ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Es ist eine dritte Tür. Das ist perfekt. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, okay, okay. Ah, Hallöchen. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Ich weiß nicht, wie lange das ist. Und das bringt mir was? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Sterne. Was bringen wir jetzt? Zehn Sterne? Das verstehe ich nicht. Hä? Ja? Ja, was ist das? Ja? Ja. Ja. Ja? hat das irgendwas zu sagen? 1, 2, 3, 4, 5? wir merken uns mal die 5 und die 10 das sind noch meine Aufgabe, wir zwingen den Blitzscherl die Funkkontakt her bitte den Bunker-Code 6, 8 ich weiß nicht ob man sich das merken muss oder ob das irgendwann ansteht 6, 8 8 8 ich sag bloß noch 8 und damit habe ich jetzt 9 9 es ist es ist es ist es ist ich möchte ein Eins. Zwei. Sechs. Eins. Nein, das kann nicht stimmen. Nein. Muss ich das anders sehen? Ja. Das ist ja doofes Rätsel. Zwei. 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 Ist das eine Karte jetzt? 1, 5, 6, 8, 0 Das klang anders. Wahrscheinlich konnte sie nicht durchschüssig sein. Warte mal, von hinten? Ah! Wo ist es? Wo ist es? Das ist 3. Hey, so geht das! 1, 2, 3, 4, 7, 8, 3, 9, 5, 0 1, 2, 3, 8, 4, 0 1, 2, 3, 4, 5 Ist das 5? Könnte eine 5 sein, ne? Ist ja ein doofes Rätsel. Aber okay, ich habe es rausgekriegt. Ist okay. 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 Irgendwas ist in dem Turm noch drin. Oh nein. Au! Okay. Jetzt auf eine Spassion. Oh nein. Hallo. Oh nein. Got it. Ich heile langsam wieder. Äußerst nett. Seilbahn. Okay. Oh ja. Hier ist was zu essen. Ja. 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 Wir konnten nicht stolzer auf dich sein, wie weit du mit der Umgestaltung der Seilbahnstation schon gekommen bist. Dies ist nicht nur ein persönlicher Sieg für dich, sondern auch für den Elysium State Park und den gesamten Bundesstaat. Ich will dir noch keine allzu großen Hoffnungen machen, aber wenn du die Seilbahn ohne Zwischenfälle für den Rest des Geschäftsjahres am Laufen halten kannst, warten unter Umständen eine große Beförderung auf dich. Weiter so. Sally Witherspoon Parkbehörde. Wenn dir schon eine Telefonzelle ist. Oh ja. Oh ja. Was ist immer her? Ja, sowas geht immer. Ich bin ja schon speichert. Oh shit, hebs. Alter, verpiss dich ja! Bist du besoppen oder was? Meine Kiste! Ist gut. Äh, äh. Wo muss ich denn hier lang fahren? Warum den Angriff? Oh ja. Oh ja. Oh ja, wo ist das? Das ist so! Graben! Ist klar. Aua! Ich habe schon keine HP mehr. Ich habe schon keine HP mehr. Da fuuuuuck? Es ist zu viel für einen Mann. Ich muss die Pülle nehmen. Ja, komm weiter. Ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen. Ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen. Ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen. Ich muss die Pülle nehmen. Ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen. Ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen. Ich muss die Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen. Das hilft mir jetzt aber nicht weiter, wo ich hin muss. Pülle nehmen, ich muss die Pülle nehmen. Ich komme ja weder da noch da rein. So, oder ich gehe einfach hier lang. So, aber wenn ich den nächsten Speicherpunkt finde, jetzt. Ich gucke bloß mal schnell. Genau, perfekt. Denn die Folge ist schon wieder vorbei. Dieser Typ, der ist ja noch schlimmer als der Stier. Na gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich natürlich auf die nächste Folge von InSound. Bye. Stay in. Ciao.